hi hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem kanal ganz kleine kurze geschichte nur und zwar unter hashtag frag den klaus könntest du mal einfach ein paar fragen stellen was dich so interessiert ich komme darauf weil ich ziemlich viele anschriften oder an mails messenger mäßig irgendwas bekomme und alle mich immer sehr viele sachen fragen und ich beantworte das natürlich auch immer so gut ich das irgendwie hinkriegen kann problem ist aber einfach nur die community kriegt nichts davon mit und das wäre doch doof und ich denke ich kann ein bisschen zeit dafür rausbringen indem wir einfach dann mal immer kleine videoclips machen wenn das interessant ist und wir einfach ein paar fragen einfach hier im video beantworten dann und ja damit ich das besser finden kann schreibst du es entweder hier in den kommentaren oder schreibst mir irgendwie messenger oder sonstiges auf jeden fall hashtag frag den klaus und ja dann wollen wir mal schauen ob was daraus wird bis denne tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020